Tag 6 und wir kümmern uns mal um die abgefuckte Entwicklung des Fandoms, hier speziell im Bereich aktueller Comics. Der Autor Nick Spencer hat dieses Jahr für Furore, Diskussionen und ganz viel Hass in den Marvel Comic Gemeinden gesorgt. Wofür bekommt er noch heute gelegentlich Morddrohungen und in welchem konkreten Comic Heft begann dieser Story Arc, der übrigens absolut lesenswert ist?